Den Gesamtablauf von Evening Rise probieren wir jetzt mal so, dass am Anfang alle Sopran 2 singen, auch die Männer. Beim zweiten Durchgang wechselt dann der Alt 2 in seine Stimme. Alle anderen singen weiter Sopran 2. Beim dritten Durchlauf singen wieder alle Sopran 2, außer Alt 2, der singt natürlich weiter Alt 2, und Alt 1 singt jetzt Alt 1. Beim vierten Durchlauf schert der Bass aus und singt seine Stimme, beim fünften Durchlauf der Tenor, beim sechsten Durchlauf der Sopran 1. Ihr könnt das auch sehen, am Anfang des Systems steht hinter Sopran 1 in Klammern sechstens, hinter Sopran 2 in Klammern erstens. Daraus ergibt sich also diese Reihenfolge, in der die Stimmen aus der Gemeinschaftsstimme Sopran 2 ausscheren. Also die Reihenfolge ist Sopran 2, Alt 2, Alt 1, Bass, Tenor, Sopran 1. Und jetzt können wir es probieren.